Ich gratuliere Land Niederösterreich und wohl auch anderen Bundesländern, aber in Niederösterreich ist es gerade besonders aktuell. Das Land hat die Regionalförderungen und auch die Wohnbauförderung im dünn besiedelten Land wesentlich gesteigert. Super Aktion, toll gemacht, denn da baut man für den Leerstand und das mit Steuergeldern. Weil Städte, wo es einen natürlichen Absiedlungsimpuls gibt, baut man auch sozialen Wohnbau für den Leerstand. Hier wird Geld abgesaugt, das in Ballungszentren viel, viel besser angesiedelt wird. Und das ist wohl eines der Grundprobleme ganz generell der allgemeinen Objekt Wohnbauförderung. Die regionalpolitischen Wahnideen folgt, anstelle dort zu helfen, wo es den einzelnen Subjekten, den einzelnen Menschen hilft. Und die Menschen wollen nun mal in Ballungszentren. Förderungen am flachen Land, dort wo keiner mehr leben will, keiner mehr wohnen will, das ist so wie ein Artenschutzpark für Dinosaurier. Nicht zum Anschauen, aber für die tägliche Praxis unverwendbar. Das war Gerd Rodler, fast live aus der Millenniumdauer, weitere aktuelle Nachrichten wie immer, hier unten. Und außerdem den Song der Woche.